Sokrates Hallo, mein Name ist Daniel und ich möchte euch heute von Philosophie erzählen. Genauer gesagt möchte ich die Frage klären, welche Philosophen den größten Einfluss auf Platon hatten. Und um damit nicht lange hinterm Berg zu halten, ohne jeden Zweifel übte Platons Lehrer Sokrates den größten Einfluss auf ihn aus. Von Sokrates übernahm Platon das zentrale Thema seiner Philosophie, die Suche nach dem Guten, aber auch den Stil des Philosophierens, der für die kommenden zwei Jahrtausende dominieren sollte, hat Platon von Sokrates übernommen. Ich spreche von der Fokussierung auf logische Argumentation. Das war eine Entscheidung, die bei den vorsokratischen Sophisten noch nicht getroffen war, die dann aber ausgehend von Sokrates über Platon und Aristoteles zu philosophischem Mainstream werden sollte. Das Kernstück von Platons Philosophie ist eine Ideenlehre. Und diese Ideenlehre ist ebenfalls eine direkte Antwort auf Sokrates und seine Was-ist-Frage. Wir erinnern uns, Sokrates war stets bemüht, allgemeine Definitionen zu liefern und endete letztlich immer, natürlich vollkommen bewusst und absichtlich, in Aporin, also im ergebnislosen Abbruch seiner Untersuchungen. Platons Ideenlehre ist ein Ausweg aus diesem sokratischen Dilemma. Wir werden darauf zurückkommen. Neben Sokrates hatten Pythagoras und die Pythagoreer einen großen Einfluss auf Platon. Ich erwähnte ja schon, dass er in Italien mit ihrer Philosophie in Kontakt kam und dass er seine Akademie nach ihrem Vorbild gründete. Aber auch inhaltlich hatten sie großen Einfluss auf Platon. Die Pythagoreer kombinierten Mathematik und Logik mit sehr viel Mystizismus. Diese eigenwillige Kombination übernahm Platon direkt von ihm. Aber der folgenschwerste Einschlag der Philosophie von Pythagoras ist die Theorie von der unsterblichen Seele. Pythagoras hatte den Glauben an die unsterbliche Seele auch nicht aus dem Nichts geboren, sondern von der religiösen Sekte der Orphika übernommen. Und Platon übernahm ihn dann wiederum von Pythagoras. Platon sollte es aber nicht bei einem Glauben belassen. Denn wir sind Philosophen. Wir glauben nicht. Wir beweisen. Entsprechend versuchte auch Platon zu beweisen, dass die Seele unsterblich ist. Ob ihm das gelungen ist, werden wir in einer eigenen Folge sehen. Und die letzten großen philosophischen Einflüsse sind schließlich noch die Vorsokratiker Heraklit und Parmenides. Von Heraklit kennt ihr sicher alle den Poesiealbumsspruch. Alles fließt. Dahinter steckt die philosophische Lehre, dass die Welt in stetigem Wandel ist. Ihr wisst schon, du kannst nicht zweimal in denselben Fluss steigen. Platon übernahm all das, beschränkte es in seiner Theorie aber auf die Welt, die wir mit unseren Sinnen wahrnehmen können und kombinierte das dann mit Parmenides. Parmenides wiederum war der LSD-Fan unter den Vorsokratikern, denn seiner Meinung nach müsse die Welt aus logischen Gründen unveränderbar sein. Weswegen all unsere Sinneseindrücke bloße Täuschungen sind. Platon sollte es gelingen, mit seiner Ideenlehre diesen Widerspruch zwischen Heraklit und Parmenides aufzulösen. Zu guter Letzt darf nicht unerwähnt bleiben, dass der Stadtstaat Sparta und seine Verfasstheit großen Einfluss auf Platons politische Utopie hatte. Ausgerechnet Sparta. Die Typen, die Platon einst in die Sklaverei verkauft hatten. Die ganzen, nun ja ich muss es sagen, spartanischen Aspekte in Platons Staatsmodell und überhaupt Platons Ablehnung von sinnlichen Freuden sind ein direkter Einfluss des spartanischen Gesellschaftsideals. Nun haben wir aber wirklich den Bauplatz freigeräumt und sind bereit auf ihm Platons fantastischen Philosophiepalast zu errichten. Da ihr alle das Höhlengleichnis kennt, werde ich damit natürlich nicht anfangen, denn das Höhlengleichnis ist eigentlich nur eines von drei Gleichnissen, die Platon in seinem Dialog der Staat vorträgt. Daher beginne ich in der nächsten Folge erstmal mit dem Sonnengleichnis. Vielen Dank, dass ihr mir eure Zeit geschenkt habt. Wenn euch das hier gefällt, erzählt doch euren Freundinnen davon. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.